Die Zuschauerzahlen zum Durchklicken Bildergalerie Zuschauer Ranking in den Bundesligastadion 2018 1.919 Bilder über 13 Millionen Menschen strömten in der abgelaufenen Saison in die Stadien der 18 deutschen Bundesligisten. Punkt. Fast schon logisch, dass die meisten die Arenen von München und Dortmund besuchten. Sport 1 zeigt das Zuschauer Ranking der Bundesligasaison 2018 19. Let's Block Ads